Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII. Ja, wir sind hier mit dem Zug auf dem Weg zu Barretts neuen Plan. Allerdings ist der bis jetzt deutlich in die Hose gegangen. Und übrigens, dass du gerade mit mir gesprungen bist. Kein Problem. Du hast ja keine schwere Last. Oh, scheiße, da war was. Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Küsst mich, küsst mich. Im Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt. Ihr werdet in dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl. Was ist passiert hier? Auf jeden Fall müssen wir jetzt Barrett finden. Ach du Scheiße! Denn er ist ebenfalls aus dem Zug gesprungen. Aber ein Stückchen vor uns. Oh ja, hier geht's wieder rund. Ja, und hau dreimal daneben. Weg mit dir, Scheißding. Hier ist nix. Wir sind fast da. Schnell! Ver uns! Kiefer! Ich habe mich so stark gemacht. Haltet euch! Ja, bin die Treppe da! Wir müssen schnell zu uns. Ja. Oha, warum ist er so schnell? Oh nein, er sitzt fest! Beeilung! Alles dann festnehmen! Feuer? Feuer frei! Alles klar? Haben wir unsere Verfolger abgesichert? Nein! Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Fenster! Wir machen mit Plan E weiter. Was ist los? Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir's leider nicht geschafft, ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichbrenner. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor auf Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Ah! Genial, was? Wir waren in Linie 4. Ihr verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings, gehen wir nicht nur bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade, würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Gibt's sicher! Also schnürt die Schuhe und spurte brav los! Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellt lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gadisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein! Geht immer das Volk, desto schwerer hat der Tor. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Wo lang? Oh ja, hier lang. Okay. Wieder nur 1000 Meter. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen in den Wänden. Kläffer? Er mein Stamp. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur steigende Abschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Los geht's! Bringen wir fett aus! Achte auf! Verschwinde! Keine kommt! So nicht. Sehr gut. Du kannst nur die Schienen mit blauen Signalen langen. Was heißt das? Nix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Jetzt steckt ihr keine Schock. Jetzt steckt ihr keine Schock. Oh. Monsieur Scheuter. Und wegmachen. Oh Jungs. Und tiefer natürlich. Da hoch oder was? Vermutlich, ne? Eins der Zeichen. Ah. Der hier. Stamm hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamm zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Okay. Okay. Ich bin bereit. Das ist Kacken oder was? Einfach getarnt als Hütchen. Hütchen oder was? Was ist das? Nicht gerade ein Land. Ist das ein ganzes Nest? Ja. Die Tierwäsche Klasse gedeihen und rotieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja. Also besser als ein Schimmer. Deine Welt ist beneidenswert. Sieh! 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 Wo? Was ist denn los in meinem Ohr? Ich verliere nichts. Was? Keine Chance. Keine Chance. Der Fall geht nicht. Weiter geht's. Wie so ein Riesen-Moskito. Oh, wartet. Kiste. Nix drin. Okay. Entschuldigung. Ist das unbekanntes Terrarium oder was? Alter, was war das? 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 Genug. Ein Gesitter uns. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Fertig. Fertig. Na gut. 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 Sie kommen ja schon, ich kann gar nicht schneller. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu erwerben. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir. Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden. Und zwar mit Stumpf und Stil. So und nicht anders geht der Schindler-Konzert vor. Kapiert. Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Jockey wohl nicht nötig. und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Gerne. Wir werden sofort den Testroboternabschnitt eaktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Ha ha ha! Hahahaha! Mal lang, der Hund zeigt in die Richtung. Ich glaub da ist wieder ein Hund. Er da. Ach so ein Köter! Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Du kannst BAM echt nicht leiden, was Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der Arm ist der. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Oh. Hier, hier. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen? Hinwein. Da sind sie! Wir sind euch immer einen Schritt vor Augen. Mein Einsatz! Verbrengt! 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 Es ist weglos! Feuer zu all! Es ist so! Oh! Okay! Feuer! Äh... Feuer dran! Ja! Ich bin bereit! Jetzt! Verschwendet! Noch mal! Ich bin kein Schacht! 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 Boah! Barrett! Ich bin kein Schacht! 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 Bald haben wir den Geheimgang gereicht! Die Ani läuft wie am Schnürchen bis! Oder ist unser Herr Soldat der anderer Meinung? Der Plan stammt von Biggs, oder? Mit Beteiligung von mir! Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Na sicher. Oh, guck mal, hier liegt noch einiges rum. Gewitter. Guck mal, wir haben doch jetzt Gewitter bekommen. Wem können wir das denn mal geben? Glut, Frost, Gewitter. Äh. Ach, er hat schon Gewitter. Ah ja. Äh, Gewitter. Frost ist aber nicht mehr da. Cloth. Heilen. Okay. Kurz ausruhen. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Dann hätte ich nicht, äh... Ja. Lieber. An uns kommt hier ganz sicher nüchD vorbei! Höh! Geh! Gehen lieder auf! Höh! Höh! Gähen! Gäh! Geh nur! Na dann. Schon wieder aller Redis, ja, Leute. Gut. Halt die Augen nach unserem treuen Freund auf. Er zeigt dir, wo der Geheimgang ist. Versuche nach dem Hund. Ah, ja. Bin jetzt nicht klein. Barrett, du brennst komplett falsch. Denn ich hoffe, das da steht nicht gleich auf. Vielleicht hier? Ich wusste es. Entdeckung! Das stand nicht im Plan. Ganz ernst. Verzieh die Schrotthau. Ein Hälfte durch Motiv. Das ist gut für mich. Schrotthau! Er ist etwas langsamer, ja. Hat aber ausreichend Feuerkraft. Verbrenn. Verdammt, harte Nuss. Was soll das tun? Zielt auf die Beine! Wir stürzen ihn! Schlaut! Er zielt auf dich! Ich lenke ihn auf mich! Greift ihn an! Der schießt da wirklich doch nicht. Bedeut! Endes, blöken! Ziemlich stark! Feuert frei! Ich wollte die Oberst créationen nicht mehr. Komm, komm, komm! Geht auch fast! Ein Marco-Generator. Das ist wenn dein Kamp. Halte körper! Da ist was gekommen! Das sind Drohnen! Feuer! Vielleicht ging der Hilfe! Jawohl, da ist er! Zauwa! 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 Welche letzten Worte? Ähm... Ich mach das fertig! Äh, ja, zuhör ich die Schiene! Jetzt mach ich ihn alle! Zerstören wir die Panzerung, dann ist der Schutz los! Brenne! Ach, du! Verbrecht! Achtung, stark durch! Na gut! Bist du wieder! Feuer frei! Fuck! Geschafft! Wir sind einfach in der Fall! Hier! Uh! Erledigt! Geschieht ihm recht! Weiter! Ja, hier lang! Kann nicht wahr sein! Ah, okay! War das auch mal ein Monitor? Wie bedauerlich! Bericht von der Analytik! Bericht von der Analytik! Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen! Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen! Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult! S-sir! Das Analyse-Modul hat einblattfrei funktioniert! Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen! Ha! Diese Unruhestifter! Die Kameras in Abschnitt E! Sind ausgefallen! Der Direktor! Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlicher, Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich zu Leuten, die mir nützen. Jetzt tut mir der Soldat fast leid. Wenn er uns nicht packt, wird er wahrscheinlich nicht draufgehen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Das sagt er. Mann, ist das eng. Ist es Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja. Eines sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Äh, ja. Gute Frage. Ist doch völlig egal. Laut ist immer richtig motiviert. Alles läuft nach Plan. Klort. Unser Aufzug. Warum haben die mich alle so komisch angeguckt? Ab hier wird's leider etwas lästig. Hm. Ist es längst. Ja, der Weg war ja schon sehr aufregend. Schnelligkeit und das Aufladen der ATB-Leiste. Je höher die Schnelligkeit eines Charakters, desto weniger Zeit benötigt die automatische Aufladung seiner ATB-Leiste. Da geht's glaube ich gleich rund. Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha. Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also wo lang? Plan E über F, G und dann H. Noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Wix schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir schon richtig ein. Machen wir sofort. Aber vorher werde ich die Folge nochmal beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, lasst es euch gut gehen. Lasst mir was da, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, ciao, ciao.